Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spielen wir eine Runde Gangbeasts. Dann wollen wir mal ein bisschen zeigen, was wir können. Okay, sofort KO. Nein, nein, nein. Warum? Warum gehen zwei Haie auf mich? Okay, Schabernack, steh auf. Bitte, steig da. Was? Letztendlich. Ui, das... Okay. Ich helfe dir. Und wir haben gewonnen. Win. Push. Oh, die Haie, die Haie, die wollen's. Nein, nein. Oh, save. Hey. KO. Okay. Nein, nicht... Ne, hör auf, warte, mich festzuhalten. Yay, win. Oh, der wurde schon jemand rausge... Auf eine Siegerpause zu machen. Ah. Okay. Was ist da unten los? Oh, wow, wow, wow. Ein bisschen mitmischen. Alter. Nein. Oh. Schlag hin. Boah, alter. Junge, alter. Der geht natürlich auf mich, ey. Oh. Äh, hi. Hi. Nein. Schlag hin. Gut. Wollen wir mal sehen. Wir gucken so, hinter so Klabel. Okay. Jetzt die beiden. Und eins. Komm. Oh, das war gut. Das war gut. Oh, euer Fels. Komm. Gut. Jetzt wird... Gegen Klaas geschmettert. Komm her. Nein. Wieso? Wieso? Sagen wir mal runterschubsen. Nein. Nicht mich, du. Hat der... Hat der mir jetzt einen Kopfnuss gegeben? Budi. Halt dich. Halt dich. Bitte. Bitte halt dich. Wie denn? Da. Der Hand. Ich kann mich nicht halten. Ich kann ihn nicht. Ist Fakt. Ha... Come on. Also das ging schnell. Okay, da wollte ich sagen, dass es zu Ende ist. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ciao. Tschüss. Tschüss.